Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Julien Entertainment und ja Leute, ich hoffe das Video am Freitag hat euch gefallen. Ich hoffe ihr hattet ein ganz ganz schönes Wochenende Leute. Ja, ich habe heute nochmal ein Video für euch, wie wir einfach mal lustige Momente von unserem Prank festgehalten haben. Ich hoffe das Video wird euch gefallen und jetzt Leute, wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Moin. Moin, ich habe auch Nano Leaf Pendels. Echt? Boah Alter, wie viel hast du dir denn gegönnt, hör mal. Ey, es war nur ein Shutter-Paket. Ja, das ist ja mehr als ich habe, oder? Safe. Nein, ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Okay, gerade sah das halt viel krasser aus. Nee, ich bin nur neun. Und, geht's dir gut? Ja, und dir? Ja, ist einer von den Boys, der hier mit Discord zusammen auf PenisTV abhängt oder was? Ja, genau. Hör mal, die Typen, die gibt es so oft hier, ja. Ja, wenn ich den frage, was machst du denn hier so? Ach, ich bin gerade mit ein paar Leuten auf Discord, guck mal, was hier so los ist, Bildschimabertragung an. Ja, genau. So einfach, einfach ein bisschen rumtrollen und so, ne? Wieso eigentlich nicht, ne? Bei dir kommt gerade jemand rein, ich glaube, äh, Frau oder dein Sohn? Äh, was für Frau, Sohn? Ist die Tür auch aufgegangen. Oder wohnst du allein? Ja, ich wohne allein. Hä? So. Ich dachte, ich hätte eine Person gesehen, ohne Scheiß jetzt. Mach euch mal nicht fertig, Leute. Ich geh mal gucken, warte mal. Ich geh mal gucken. Hey, da kam ja keiner rein. Nein. Okay. Ne, safe nicht. Was ist das denn? Was hast du da gesehen? Eine Person? Ja, so ein schwarzer Schatten oder so. Alter, wo bin ich denn jetzt hier draufgetreten? Ich habe mir verbannt, blöd. Ich habe gerade den Fuß kaputt. Verbannt löst sich schon. Ja, das hört mich aber jetzt ein bisschen. Und du bist nicht auf Discord unterwegs? Hast du keine Mails, mit denen du quatschen kannst? Ähm, nö. Ich kann zwar meine Freundin anrufen, die ist gerade zu Hause, aber... Ey. Was, äh... Ich züge schon wieder auf. Das ist schon wieder eine Person. Hä, hieß es dir nicht? Ohne Pflanzenzauer bin ich denn besser. Ohne Scheiße. Ohne Scheiße. Ohne Scheiße. Ohne Scheiße. Hör mal, ich mache gerade eine YouTube-Video und ich verarsche es nur ein bisschen. Ey, ist das echt eine Person? Ja, ist meine Freundin, die da hinten ist. Ey, ich will das doch mal machen, bitte. Okay, Schatz, wir machen das jetzt nochmal, ja? Pass auf. Ich ziehe an meiner tollen Schnur, da geht die Türe auf. Yo, ich mache voll guselig aus, Alter. Also ich habe einen YouTube-Kanal, wo ich schon regelmäßig Pranks mache hier auf der Plattform, auf Omegel. Okay, und ich soll jetzt folgen, oder? Muss denn natürlich nicht. Erstmal frage ich dich, ob du mit einem Video sein möchtest oder darf ich dich mit reinschneiden? Ja. Ja, Ehre. Kannst du das noch mit der Schnur machen, damit deine Freunde so mal näher kommen? Meine Freunde möchten nicht näher kommen, die möchten nicht auf YouTube zu sehen sein. Aber ich kann mal den hier machen, guck mal hier mit dem Spider-Man, guck mal. Achso. Hast du das vorhin auch gemacht? Ne, vorhin mit Spider-Man nicht, vorhin habe ich die Türe aufgemacht. Hast du überall Schnur in deinem ganzen Zimmer? Ne, das ganze Zimmer nicht. Kann ja sein. Naja, aber ich habe schon ein paar Haken an der Decke und so, weil ich halt schon einige Sachen so gemacht habe hier. Ja, alles fing ja mit dem Spider-Man-Prank an halt, dass du den hier gemacht habt. Okay. Und die Leute dann halt so, hä, was ist denn da los? Und ja, dann hat er immer mehr irgendwann so ein Horror-Prank gemacht, wo ein Kollege im Badezimmer stand mit einer Horror-Maske an und sowas. Also, wie er mich ins Badezimmer reinzieht, also richtig heftige Sachen. Gut hör mal, ich wünsche euch einen schönen Abend, mit deinen Freunden auch noch. Du warst sehr sympathisch. Und du kannst gerne am Freitag mal reinschalten. Ja? Hast du was zum Lachen? Alles klar. Mach's gut, ja. Ciao. Schuh, Schnecke, gib mal Nummer. Also, ich fand's nicht lustig und ich habe auch nicht gelacht. Hallo. Endlich mal normale Leute, oder? Ja. Mein Gott, ey. Geht's euch gut? Ja. Und dir? Ja, noch schon. Ich habe mir ganz viele Schwänze gerade angeguckt. Das war jetzt nicht so schön, ne? Ja. Was seid ihr denn noch wach? Müsst ihr mal auch nicht zur Schule? Nee. Corona. Corona-Time? Oh. Das ist natürlich hier, ne? Den Luxus habe ich nicht, hört mal. Ich muss sogar Überstunden machen für Corona. Richtiger Scheiß, ey. Was macht ihr denn hier? Äh... Einfach irgendwie... Das ist fure Langeweile. Genau. Fure Langeweile mal auf Pimmel-TV. Das finde ich ja mal ganz interessant, ne? Oder? Wie lange seid ihr schon online? Ja. Zwei Minuten. Und habt ihr schon jemanden getroffen hier? Mit seiner roten Rakete? Nee. Nein, noch keinen? Ey, Respekt, hört mal Respekt. Aber es kann passieren, wenn ihr ein bisschen länger online seid, dass da wirklich irgendwelche Leute kommen. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Habt ihr das auch gesehen? Habt ihr das auch gesehen? Ja. Was ist das denn gewesen jetzt? Ist die Tür überhaupt aufgegangen? Was soll das? Ich hab grad ein bisschen Angst, hört mal. Warte mal eben. Ja. Hey, ich versteh das gar nicht. Ich hab auch keinen Hund oder sowas. Wisst ihr, was ich meine? Die Tür kann ja nicht von alleine aufgehen. Wind. Ja, aber Wind so stark, dass das mega die dicke Tür hört. Kann ja nicht sein. Das ist ja immer mega schlimm, hört mal. Nein, ich verarsche euch nur ein bisschen, hört mal. Deine rothaarige Freundin war zu schlau, glaube ich, oder? Ich hab's gesehen. Ja. Was habt ihr gesehen? Ich hab eine Person raus, also weggegeben zu gehen. Ja, die Person, die da ruhig weggehen, das ist nicht so schlimm. Aber das allererste Mal ist immer ganz wichtig. Das zweite Mal ist immer nochmal so ein zusätzlicher Prank. Hört mal, das ist für ein YouTube-Video. Ist das okay für euch? Ja, klar. Ja? Okay, pass mal auf. Schreibt mal kurz meinen Namen rein. Könnt ihr gerne am Freitag mal vorbeischauen. Was? Da werde ich halt so ein paar lustige Momente festhalten hier, die ich heute gemacht habe mit meiner Freundin und waren auf jeden Fall lustige Reaktionen dabei. Ja? Ja. Alles klar. Hört mal ihr zwei. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Abend. Danke dir auch. Ja. Tschüss. Hör mal, noch näher an die Kamera geht aber nicht, oder? Nee, eigentlich nicht. Bist du YouTuber? Ich YouTuber bin? Nein. So ein bisschen Hobby, so mit Freunden ein bisschen zocken manchmal. Was macht ihr hier so? Nichts. Nichts? Boah, Alter. Du musst aber aufpassen. Bist du komplett nackt, näher, oder? Nein. Nein. Mein Gott, hab ich einen Herzenpack bekommen, ey. Es gibt ja hier Typen, aber da... Boah. Ich will... will ich gar nicht mit rechnen, was sich alles hilft, ne? Also das ist ja echt, äh... Deine Tür hat sich grad geöffnet. Das ist weg. Ganz genau, what the fuck. Warum das denn? Da ist grad ne... Ich weiß nicht, was ihr macht, oder? Ihr geht ja auf die Seite und verarscht ein bisschen die Leute. Kann das sein? Nein. 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 Ernsthaft, aber... Bleib einfach im Zimmer. Ja, aber ich versteh das nicht. Schon wieder... Da ist ja schon wieder jemand weggelaufen. Da steht jemand. Da steht jemand. Dreh dich mal auf. Ich verarsche es nur. Ich verarsche es nur. Ich verarsche es nur ein bisschen für meinen YouTube-Kanal. Aber hör mal. Die Blicke einfach immer unbezahlbar von den Leuten, ey. Ist das okay, wenn ich das mit ins Video schneide, oder wollt ihr das nicht? Ja, klar. Ja? Ja, richtig cool. Könnt ihr am Freitag gerne mal vorbeischauen. Schreib euch meinen Namen mal rein. Mhm. Und Freitag 8 Uhr lade ich einen neuen Prank hoch. Also ich mach hier generell so auf der Plattform Videos. Ich hab auch schon einige Pranks gemacht. Könnt euch gerne mal umschauen. Ja? Okay. Freu ich mich. Ja. Dann wünsche ich euch noch einen ganz, ganz schönen Abend und bleibt gesund, ja? Ja. Bis zum nächsten Mal. Ja, gleich mit. Tschüss. So, Leute. Das war's auch wieder von mir mit einem neuen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier nochmal vielen, vielen Dank an meine Freundin. Schatz, ich liebe dich über alles. Leute, wenn ihr mehr Bock habt auf Pranks, schreibt mal ruhig in die Kommentare. Ausrufezeichen Pranks. Hashtag Pranks. Oder irgendwas mit Pranks, weil ihr wisst Bescheid. Leute, habt auf jeden Fall eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal. Euer Julien Entertainment. Ciao! Tschüss. 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 Tschüss.